Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Akkustaubsauger aus dem Hause AirNovo. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser wertige akkubetriebene Staubsauger für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Sauger unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ich bin der Ansicht, dass man sich im Hinblick auf Haushaltsgeräte auch definitiv mal ein ordentliches Produkt gönnen kann. Dieser Staubsauger gefällt mir im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr gut. Warum soll man sich jahrelang mit irgendeinem Plunder rumärgern? Denn machen wir uns nichts vor, seine Wohnung muss man wirklich öfter putzen, bestimmt mehrmals pro Woche. Und ich finde, da kann man auch das Geld in die Hand nehmen und sich einen hochwertigen und funktionalen Staubsauger anschaffen. Dieses akkubetriebene Modell gefällt mir ziemlich gut. Das Design ist sehr schick, aber was Haushaltsgeräte anbetrifft, ist natürlich das Design auch irgendwo zweitrangig, sondern die Funktionalität steht im Vordergrund und ich finde, für einen Akkusauger kann sich das hier definitiv sehen lassen. Natürlich muss das aber jeder Freund des sauberen Haushaltes auch selber beurteilen. Ich gebe hier nur meine Tipps. Ich sage nur, dass ich das Preis-Leistungs-Verhältnis als sehr angenehm empfinde, aber gar keine Frage, das musst du selbst entscheiden. Mir gefällt Funktionalität im Verhältnis zum Preis einfach gut bei diesem akkubetriebenen Staubsauger. Deswegen kann ich auch eine klare Kaufempfehlung aussprechen, denn die Säuberung des eigenen Wohndomizils soll doch auch wirklich mal Spaß machen. Das Amazon-Angebot zu diesem Akkustaubsauger werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Spaß beim Saugen. Alles Gute, ciao!